Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Heroin's Quest mit dem Krieger. Wir sind vor der Elfenstadt, bin gerade nochmal zurückgerannt um schlafen zu gehen. Und wo ich gerade zurückkomme, sehe ich hier... Oh oh, Fafnir ist direkt vor uns. Und ich habe ihm noch nicht gesagt, dass wir ihn nicht töten werden. Passiert aber nichts, okay. Aber vielleicht könnten wir ihn auch jetzt hier einfach angreifen, wäre ja möglich. Aber wir wollen uns erstmal hier in der Stadt weiter umschauen. Wir wissen, dass da angeblich wohl der Heimi drin ist. Ich weiß nicht, ob wir ihn direkt befreien können. Wir wollen uns erstmal umschauen. Wir waren da in dem Schuppen. Ich vermute, dass sie das ist. Oder er. Man weiß ja nicht, ob die hier männlich oder weiblich sind. Die tun ja alle ihre... Ah, the door is locked. So viel dazu. Hier war ein cooler Schmied drin. Der wohl richtig geile Drachenrüstung herstellen kann. Total fett. Kommen wir nicht weiter. Kannst du hier hin? Nö, kannst du nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Geh mal hier. Du bist hier irgendwie stehen geblieben. Die kannst du nicht öffnen. Sieht so aus, als ob wir da nicht reinkommen. Können wir hier denn rein? Aha, wir haben eine dritte Tür. Wehe, das ist eine Übernachtungsmöglichkeit. Das sieht mir nach einer Waffenkammer oder sowas aus. Wo hier ist auch wieder Essen. You have the feeling that you are trespassing and that the owner of the house would not be pleased. Oh. Was blinkt da? There appears to be something shiny on the ground around here. It's a bit too obvious, so you think it could well be a trap. Okay. Dann sollten wir da was hinwerfen. Geht das? Haben wir irgendwie sowas? A diner table is set or hung on the floor or wall. It makes you wonder how exactly the plates and cups don't fall off. But you're not even sure which direction they would fall to. You're not even sure if you can't sit sideways like that. Ja, du kannst ja auch stehen gerade. Warum soll das nicht gehen? You're getting nauseous enough already by just standing here. Dann geh doch mal einfach hier hin jetzt. Sehen wir doch, was dann passiert. Laden wir neu. Passiert nichts. Gib's mal auf. Das war wirklich eine Falle. Ups. Gehen wir mal auf, Mann. Hallo, Hero-Lady. Ich bin sorry, dass du auch so caught bist. Muss das passieren? Nein, muss nicht. Oh, alles klar. Hätte ja sein können, dass ich da gefangen werden muss. Aber okay. Das ist also das Gebäude von dem Elfen, der den Heim hier festhält. Das ist gut zu wissen. Wir gehen da noch mal rein. Ja, gehen wir hier runter. Was ist das für eine Statue? A large statue of a sword-bearing Svartalf stands over the river. It is either highly polished gold or crafted out of pure light. You're not sure which. And we don't care. Hm, jede Menge Waffen. You don't find the potion particularly interesting. Können wir unsere Giftpilze irgendwie dem geben? Obwohl es hieß, für einen Svartalf sind die nicht giftig. Schmecken die sogar eher gut. Aber er sagt, wir können erreichen das nicht. Das heißt, wir könnten es machen. Das ist interessant. Was ist denn hier drin? Next to the Alchemy equipment on the desk. Rather than containing potions or ingredients, it appears to be stuffed with pieces of paper. Die wir aber nicht mitnehmen können. You see various crumbled nodes in the barrel, which are apparently used as trash bin. Okay, das ist ein bremer. Browsing for something useful, you find an Alchemy Rezept for a healing potion. Oh, wow, holy crap. Geil. Ja, das ist doch kein Garbage. You study the Rezept and committed it to memory. Fette Möhre. Wir haben einen Heiltrank gelehrt. Wir können ihn jetzt selber herstellen. You grab the potion from the alchemy apparatus and take a sip from its contents. Woo! Und haben uns verwandelt. Hallo? Ich bin aus Kingsquiz 4. Ja? Perils of the Poops. Äh, Forts. Und so weiter. Was ist das? Oh, da trinken wir auch von. If you want to brew a potion, you need an empty flashe or a wheel to store it in. Ja, und wir haben keine mehr. Super. Ist das jetzt schlimm, dass wir hier das geworden sind? Ich denke, dass sich das noch verändern wird. Ja, viel zu große Waffen, die wir wohl kaum mitnehmen können und viel zu schwer sind. Ähm, was ist das denn hier? Hoa, wir haben uns verwandelt. Nimm das. Nimm das ungekehrt. That was fun. You have learned a new maneuver. For your repertoire, the Flurry of Blows. Wie geil. Wir haben eine neue Kampftechnik gelernt, echt jetzt. Also, Riposte war schon cool. Was kann denn Little Furry? Der wahrscheinlich, äh, ganz schnell wildes Rumhauen. Berserker-Mode. Vermutlich stark. Können wir da weiter drauf hauen und tun wir unseren Skill damit erhöhen? That was fun. Aber es erhöht sich nichts mehr, ne? Hoffentlich habe ich nicht schon irgendwo ein Manöver übersehen. Wir sollten mal... Ja, machen wir ruhig Test, du Krieger. Ja, mhm... Oddly, there is no apparent way to open this door. There is no handle. And the tower doesn't yield to your push. You probably need some kind of Swartaf magic to open it. Ich kann keine Maki. Können wir nicht erreichen von hier. Dann gehen wir da hin. Thankfully, the odd potion has worn off. Ja, der ist sowieso schon verschwunden. So, jetzt aber. You smell the yuck and realize it doesn't contain wine. It filled with a kind of grease you rub on weapons to keep them rustproof and storage. You have no need of that. Pff, ja. Erstmal nicht. Wir merken uns das. Was ist denn das da für ein Orb? Cough statue of a gargoyle is the only decoration in this room. That doesn't serve a useful function. It holds up the light. But that purpose could also have been served by a simple chain. Nichts wie raus hier. Wenn wir das noch können. So, wir müssen da natürlich einiges erfragen. I treat smiles brightly and waves the series of rapidly... Hä? Ah, die kommt da gerade raus. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch die Tür angeklickt. Hey, du, stehen bleiben. Äh, und weg ist sie. Bist du noch bei dem Waffenhändler? Bei dem Schmied? Hallo, hallo? Tatsache. Das ist ja jede Menge hier. Grüß Gott. Ja. What items do you seek? What items do you seek? Well. One does not understand your obsession with these trinkets. One would think one sees more appeal in gemstone. Or possibly gold. Likely is it that we should speak of this later. Okay. Wenn wir nochmal alleine sind, quatschen wir da drüber. Quatschst du jetzt wieder mit mir, oder hast du mich immer noch? Oh nein, der quatscht wieder mit mir. I challenge you to craft armor for me. Ja, das klingt doch schon mal sehr gut. I challenge you to craft armor for me. You call that a challenge? You merely want a piece of armor. Any troll could make you that. Fah. Nö, kannst nicht. But I need not just any armor. I seek the strongest armor in the nine worlds. For I live the dangerous life of a heroine. Oh, you are one of those suicidal people they call heroes, no? Short-lived as you humans are, I can see how you would not care about old age. But hero me this, human. For I have a challenge for you. My workshop has not been clean for a decade or two. I am too busy to work on this. But you can do it for me. A challenge for a challenge is fair play. Klar, die räume ich auf. Ohne Probleme. Do not disturb me sooner. Wir speichern mal kurz. Ja, das ist ja... Irgendwie ja kein Kuss 3, ne? Bei... Als Zauberlehrling. Äh, ja, wie räume ich den denn auf hier? Die sind ja lustig. Wo muss die Kiste hin? Was so difficult, you managed to move the heavy crate aside. Oha. That was more than you expected. Seeing the result of your handy work, you quickly move the crate back. Doch, das war doch gut. Ich hab's sauber gemacht. Haha, sag ich doch. See? All the mess is gone now. How dare you, you little human? You merely blasted my workshop with water. You call that hard work? You call that perseverance? I called trickery on you. Shenanigans. The feces of a male bovine. I am done talking to you. Äh, das hätte ich wohl nicht machen dürfen so. With an angry snap of his fingers, and very transformed into the fish, and disappeared into the water. Hmm. Hmm, der nochmal wiederkommt. Isn't that important here? Was ist das denn? Around here speeds the workshop of a master craftsman. Ach so, das ist das Licht. Das sieht man nur von der anderen. Da würden wir stehen, dann und nach oben gucken. Äh, staircase to the fireplace, and from the weapon rack to the odd triangle in the alcove. Of everything appears mythic, loosely handmade by someone with a keen eye of detail. Oh. 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 So, die neuen Welten sind hier dran irgendwie verbunden, die müssten ja eigentlich dann ganz links sein. Kann ich die denn einfach so darüber bewegen? Ne. Kann ich nicht. Bin etwas überfragt. Da müssen wir jetzt genau wissen. Ich hab erst gedacht, das ist nur die Stadt, die ich irgendwie nachbauen soll, aber das ist ja irgendwie die komplette Gegend, soll das darstellen. Oder das ist nicht wichtig. In dem Sinne, und das ist wirklich nur die Stadt und ich muss die Stadt hier hinsetzen. Wir gucken uns hier nochmal an, wie die Map aussieht. Kannst auch hier jetzt was machen, wo er weg ist. Da will ich nicht dran gehen. Okay. Wir essen erstmal einen Happen. Und zwar da. Okay. Hier ist so eine... Ups. A radiant disc is set in the ceiling, or was that the floor? Bashing also near the floor in a pale yellow light? Possible. Sieht irgendjemanden ein Dreieck? Ich seh keins. In der Mitte ist eher ein Dreieck. Der Brunnen. Es könnte sein, dass das der Brunnen war. Hier ist was grünes. Du wästst in die Hand in die Sphäre, aber nichts passiert. Peps ist aktiviert. Bei Sound. Du wästst in die Sphäre, aber nichts passiert. Peps ist aktiviert. Bei Motion. Hm. Vielleicht können wir damit reden, mit dem anderen Zauberer. Hm. Emotionen? Bitteschön. My, aren't you aggressive today? Yeah, right. Okay. Soviel dazu. Also hier sehen wir eine Art Fluss, der einmal drum rum geht. Das wird schwierig. Check mal, der kommt erst wieder, wenn wir hier diese Apparatur gemacht haben. Check mal, der kommt erst wieder, wenn wir hier diese Apparatur gemacht haben. So. Ja, jetzt haben wir drei von denen. Das kann ja auch nicht sein. Ähm. Sehe ich jetzt nicht, wie ich daher das erkennen soll. Das ist ja übel. Sehr wahrscheinlich müssen alle verbunden sein. Aber die Frage wie, da gibt es ja eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Mal jetzt einfach rumprobieren, würde mich auch nicht weiterbringen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen rumfragen. Ja, ich würde sagen. Ja, ich würde sagen. So. Und das hab ich noch nicht da groß ist. So ist das. So ist das Was kannst du mir sagen? Leider kannst du mir darüber gar nichts sagen, über die Apparatur. Das hilft uns nicht weiter. Nö. Okay, wir rennen da nochmal hin. Wir müssen uns selbstverständlich weiter durchfragen. Vielleicht brauchen wir auch erstmal Gegenstände, die sie haben will, oder er. Schön, dass du wieder alleine bist. Ich komme. Hallo. So, jetzt sag mir mal, was brauchst du denn? Was brauchst du denn? Faszinierend ist das Tool. Intrigued, am ich, zu examinen es? Aber die Fehlkeit kann ich dir nicht geben. Die bauche ich. Das Chair ist wahrscheinlich die Least Interestinung in der Raum. Except es ist Upside-Down, oder vielleicht ist es nur eine der wenigen Dinge, die properen Gravitie hier. Next to above the bed, you see a wooden closet, filled with brightly colored books. You can't make out any of the titles, so... Hey, what the... Upon closer inspection, these aren't books, but merely the covers of books. Either real books are in short supply here, or somebody has missed the point of bedroom reading. You pinch yourself in the arm, to check if you are still awake, and are re-sewured by the result. Also, ich mach das nicht selber, ne? Wie gesagt, die... Das macht alles der Elf gerade. Stop that! Interested am I in trading for this artifact? Curious am I after your price? No, you cannot have that. I need it for my travels. Disappointed am I to hear that. Reluctant am I to return such a fabulous object. Cogitating am I on what else you could find to trade with me. Tell me what you ha- Intrig- My- Will- Uncommon is- What item- Thinking am I what you could- Lacking am I in human artifacts and paraphernalia. Happy would I be to receive human apparatus or utensils. Missing is our fellow SWAT-elf, Alvis. Valuable to me would be word from him. Interested am I in objects of mystical power? Similar are these to what Andavari used to craft the fetter Glaknir. Curious am I if you could bring me a bear senior. Or the root of a mountain or a cat's footthaw. Yeah, we're going to have a problem. What item- Thinking am I lacking am I missing is our fellow SWAT-elf, Alvis. Valuable to me would be word from him. Interested am I in objects of mystical power? Similar are these to what Andavari used to craft the fetter Glaknir. Curious am I if you could bring me a bear senior. Or the root of a mountain or a cat's footthaw. Okay, and nochmal. I'm just going to write. I'm just going to write. I'm just going to write. I'm curious am I what you should search the passage in the northeast corner. What item thinking am I lacking am I miss interested am I in objects of mystical power? Similar are these to what Andavari used to craft the fetter Glaknir. Curious am I if you could bring me a bear senior. Or the root of a mountain or a cat's footthaw. Okay. Buse now. Root of. Mountain. Oder. Cat football. Boah. Boah. I wish Saddamai to see you go. I'm eager am I waiting for you to return. Oh, zur Hölle kriege ich diesen ganzen Kram her. Kann ich nämlich nicht mit dienen momentan. Oder ich sag ihr einfach, das wär sowas. Ob sie's dann nimmt. Already am I possessing one of those. Hmm. Mighty is this warrior against the creatures of the mythical forest. Powerful is this weapon against any tree that stands in his way. Okay. Legendary is this device that is used to store time itself. Unsure am I at how it works. Adjacent is the manual stored in a bottle to keep it safe. Long other stories I could tell you about these items. Pleasant. Imported from Phelan is this fine example of a... Hmm. Hmm. Walkie-talkies. Und so weiter. Oh. Collecting am I these flower vases from all over the nine worlds. Pungent are these orange flowers. And expensive were they to me. But worthwhile. Kann ich da von eine haben? All of these included the grail are much too bulky for your needs. Where's the cup of a carpenter when you need it? So ne bloomer. Happy am I to trade you these flowers, if you can give me something in return. Hmm. For some reasons your hand passes straight through the vase, as if it weren't there. How peculiar. Where are you? You're the brother of Doom Squirrel. Squawks at you. Greif rein und stirb, oder was? You reach out the path, little scoffin, and... Bad scoffin. Forbidden is it to turn people into stone again. Empty is your food plate for tonight. Und damit sind wir tot. Korrekt. Shit, äh. Okay, jetzt haben wir hier noch nicht das eine gemacht. Vielleicht ist das auch nicht gut gewesen. Aber ich denke mal, das muss passieren, ne? Dass er verschwindet, oder? Kann ich da einfach hingehen? Mhm. Das könnte natürlich auch die Kugel im Norden sein. Naja, da müssen wir später mal schauen. Äh, ich werde erstmal nochmal die Konversation von eben, die ich gerade gemacht habe, nochmal neu machen. Damit wir das haben. Ja, und ihm gefällt nicht, dass das alles hier jetzt, äh, so schlecht von mir sauber gemacht worden ist. Das werden wir auf jeden Fall auch noch gleich machen. Das mache ich aber ohne euch, und dann sehen wir uns gleich an derselben Stelle wieder. Und dann sehen wir uns gleich, ruin uns gleich an der Ötchen. Und dann können wir uns gleich an das Fördchen. Und dann geht's mir so jetzt an das ja auch mal aus. Bis zum nächsten Mal.